Ich habe gerade um die Ansage gehört, der Beinsteig 1, er hat 58 nach einem Steckenverdein. Ja. Da siehst du sogar schon, aber die Schranken sind noch gar nicht zu. Da siehst du das Licht da hinten? Ja. Die ist schon kurz vor dem Bahnübergang. Und die Schranken gehen noch immer nicht zu. Der ist schon kurz davor und die Schranken gehen immer noch zu. Ja, jetzt gehen die Schranken zu. Nein, da meine ich, da vorne. Der war schon kurz davor und die Schranken waren noch nicht zu. Ja, aber er ist schon drüber. Irgendwie war da vorne ein Firmengleis, was einmal da zu der Firma umgegangen ist, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob sie es noch benutzt wird. Ich meine immer nicht mehr. Aber ich glaube mal, dass der hintere Zug spielt ist. Schade, es steht sogar gar nicht ganz drauf da hinten. Schade, es steht sogar gar nicht drauf da hinten. Schade, es steht sogar gar nicht drauf da hinten. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.